das ist natürlich jetzt wie gesagt alles nur mal ausprobiert hier kann aber auch total scheiße aussehen so bist du komm her ist die ganze weiße das ganze weiße heute schon weg und ich habe ich ja noch für 60er was laber ich weil ich nicht alles fertig was brauche sollte reichen ja es reicht so seltsam aus okay dann habe ich das ja auch gemacht sehr schön jetzt muss ich allerdings hier habe ich ja zwei kisten bin ich bescheuert habe ich gerade gefragt ich habe noch zwei kisten gab sich irgendwo hingestellt das muss ich allerdings hier unten auch noch den boden ausheben denn gras im lager ist immer so seltsam erweckt wurde so ein eindruck von gebaut und dann nicht bewirtschaftet ganz kurz mein headset ich wusste mich gerade mal ganz kurz und da habe ich mein headset verrutscht ich höre ich da amateur amateur so und dann nehme ich meine ganze erde hier noch schnell mit stopft die lücken ich stopfte die lücke den mund und dann mache ich hier einfach mal was mein koppelstern rand moment wir müssten eigentlich genug koppelstern dabei haben mache ich den koppelstern rand wovon hat es mir beliebt kann ich ja auch alles aus koppelstern machen ist irgendwas allöchen bunke zifos ist ruhig im moment da hinten sind ein paar spinnen aber ansonsten ist hier nichts habe ich von meinem eigenen schwert geräusch erschreckt alter ich glaube ich ja dass ich jetzt rinne werde ich das ich könnte natürlich auch jetzt wenn ich moment wenn ich jetzt so gänge mache damit das ging ich das weiß sie jetzt natürlich auch noch dazu da kann ich zu zweier breite gänge machen da ist mein stone alle spielt schon wieder stoned haha naja klasse die wird es ja noch mal schlechter also nicht das jemals gut gewesen wären aber und ich also wo jetzt der koppel ist wird dann sozusagen im moment habe ich irgendwo das behutsamkeit drauf da wo der koppel ist aber ich habe die mein kraft musik waren so also zum zweiten mal da wo der koppel zum dritten mal jetzt zum vierten mal zum fünften mal was weiß ich da wo der koppel ist wird dann werden ein kisten platziert da wo kein koppel ist da sind dann die wege wo wir lang klauen sozusagen hier drin allerdings noch koppel und stone stone habe ich noch das ist sehr schön weil komme kann ich auch mal diese diese platten nehmen es ist auch kein undigen ich werde kein bett bett dass ich ein ender mann hier einfach los ich werde keine betten platzieren also sollte alles außer betten geht ja auf halb koppel zu platzieren nur betten kannst du halt nicht drauf platzieren deswegen passt schon mal so ein bisschen öff ach quatsch was mache ich denn so und hier ist es auch falsch hier moment dann habe ich gerade noch von geredet so hatte ich das für mich vor mache ich mich hier auch noch weg oder mache ich doch wie jetzt kommen sie wohl jetzt haben sie gemerkt dass ich kein essen mehr habe was alter später ist noch einer hier ja kommt du auch noch aufs maul so sieht das von außen dass sie den moment noch voll schäbig aus das habe ich schon gemerkt keine angst aber das kann noch was werden hoffe ich jetzt einfach mal um euch zu beruhigen das ist das gewesen gerade eine spinne so ich war doch einen endermann will aber nicht mehr das coole ist ja auch hier können keine spinnen hochkrabbeln weil da ja so eine so eine breite so weil hier noch so ein teil ist da kommen die spinnen ja nicht hoch und ich würde sagen ich gehe mal ganz kurz damit den ender perlen in die farm der linken uns erst mal aufs öhrchen so ok aber war einmal noch es ist es ist dunkel an der stelle ok und wir haben ja noch lohenstaub da werde ich jetzt mal ganz friefehaft den wir machen ich habe noch die zwei stäbe hier macht das da aus den stäben noch lohenstaub und dann mache ich mir daraus auch noch ganz friefe in der perle noch mal die ende augen und statt die ender perl umgedreht aber auch egal wir haben da oben noch mehr in das zeug also von daher passt das ja das haben wir noch ein paar augen was haben wir noch schwarzpilver aber noch das haben wir noch ein bisschen ok sehr schön das wollte ich nämlich wir müssen sehr hoch als habe ich jetzt direkt bekommen genügt größer aufs feld aus haben wir ja auch schon ewig nicht mehr die fehler bewirtschaftet hier das feld ist kaputt siehst du mal hier aber was mit haltbarkeit glück nicht nehme ich auf einfach so so sieht mich auch bei sowas so habe ich mit einer axt damals ganz viel also damals das damals das war vor dem jahr oder so auf meiner richtigen welt habe ich mit der axt das alles immer abgebaut habe ich richtig viel zeug rausbekommen so sagen wir schon 41 dann sollte man eigentlich sogar alles voll kriegen da habe ich alles voll bekommen sehr schön und sieben stücken noch übrig ich bin einfach mal so dreist du nehmt das hier mit so so nehmt ein bisschen zuckerrohr mit und dann gehen wir wieder ins häusli nehmt das wollte ich nicht ist hier noch was trinken gewesen nö ok ich hoch wollen wir alles weg für den endermann noch schnell nein komm zurück ach verdammt weizen samen brot zuckerrohr zuckerrohr aber sagen habe ich auch aber ich habe sie kürbis kaktus neverworts weil wir haben wie genau habe ich mir vorgestellt die neverworts noch einzupacken anscheinend gar nicht so neverworts nie rein so session und dann passt das erst noch einen davon sag mal kann das eventuell sein das wäre natürlich jetzt oh mist jetzt habe ich die ganze zeit die musik auf ich habe mich schon gewundert warum das spiel so leise ist dabei war die musik einfach nur verdammt laut mist natürlich ist das jetzt schon natürlich ist es schon ungefähr eine halbe stunde vergangen naja muss die musik darunter stellen das sollte ja kein problem darstellen also jeder wäre schön hell und freundlich aus da drüben ich habe für höhere darfst du das gar nicht machen dann muss ich dann zum abschluss kommen was machst du hier denn hält dir das denn erlaubt hm hm jetzt soll ich jetzt einfach mal hier zum was ausprobieren und zwar mache ich jetzt einfach mal das reißt wie ich bin da zwei löcher rein kann ich eventuell da ein klopf reinpacken und dann mache ich dasselbe hier nämlich auch und dann können wir da auch noch klauzern reinpacken und dann wird das nämlich nämlich hell dann kann ich den anderen klauzern später abbauen dann das ist nur die frage jetzt muss ich natürlich hier zwei hier das funktioniert natürlich nicht mach mal anders mach mal anders wenn ich das so mache ja hm dann reiß ich das denn mal raus komplett so und dann hier noch obwohl ich bin ja auch ein bisschen dämlich ich nehme halb der sitzung ich könnte natürlich sag ich mal geplant ich wollte die halbzeit einsetzen ja alter alter mehr verbaut geht ja wohl gar nicht mehr ich bin voll professionell unterwegs ja ich könnte so machen so dann mach ich da noch einen rein da noch ein rein und dann auch noch close to uns rein und dann mache ich da noch ein und dann noch ein da noch ein und dann kommt da 1 2 3 4 close to uns rein ich glaube so ein schwein und dann muss ich mir mal ganz kurz kisten machen aber nicht zu knapp sondern ordentlich sagte er kräftete sich zwölf kisten so dann kann ich mich jetzt überlegen eins ich würde grad soll ich das so machen ich habe auch doof aus das ist ja wieder so wird übertrieben am rand sind ja immerhin auch noch welche und dann kann ich hier einfach wo mensch mache ich hier einfach komplett dicht ich kann das ja auch hier so grundstein technisch machen ist ja auch der grundstein von der ist so moment das muss ich auch komplett wieder durchgraben mit schirm das ist ja kommen also was das ist grundsteinmäßig oder reicht das auch perfekt dann packe ich da auch das helle holz drauf so ich kann ja auch einfach die rücken da drin freilassen so dann müsste ich noch halbe haben genau habe ich auch noch da wer sagt dann packe ich hier die kisten rein da kommt hier immer noch ein schild dran was drin ist perfekt perfekt das will man mehr so haben wir uns fliegt das lager dasselbe machen wir hier drüben natürlich auch noch alles muss man muss damit richtigen holz nehmt das richtige holz ich tue jetzt auch mal so holz der muss uns wahrscheinlich bald eine neue axt machen Habe ich Knochenmehl dabei? Nee, habe ich gerade gar nicht. Dann hole ich mir mal richtige Bäume, dann gehe ich mal nicht in unsere Bäumefarm, sondern hole mir mal richtige Bäume. Wenn es hier sowas überhaupt noch gibt irgendwo.